Hallo und herzlich willkommen bei Einblick, der Fernsehsendung der Medienwerkstatt Linz. Wir präsentieren Ihnen Filmbeiträge von regionalen Filmemacherinnen und Filmemachern sowie interessante Vorträge aus dem Wissensturm. Den Inhalt dieser Sendung und weitere Informationen über uns finden Sie unter www.medienwerkstatt-linz.at. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, in Österreich sind derzeit fast 80.000 junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren weder in Ausbildung noch erwerbstätig oder in Trainingsmaßnahmen. Als Sammelbezeichnung für diese Gruppe ist der aus dem Englischen entlehnte Begriff NEED für Not in Employment, Education or Training mittlerweile in der Wissenschaft gängig. Der NEED-Indikator ist aus unserer Sicht besonders wichtig, weil er eben aufzeigt, dass bei der alleinigen Betrachtung der Jugendarbeitslosenquote das Problemausmaß eigentlich unterschätzt wird. Eine zentrale Fragestellung lautet, aus welchen sozialstrukturellen Merkmalen weisen nicht Jugendliche auf. Es hat sich gezeigt, dass Personen mit Migrationshintergrund und hier ist ausschließlich die erste Generation gemeint, ein deutlich höheres Risiko aufweisen, in eine Situation zu geraten als Jugendliche, die dieser Gruppe nicht zuzuordnen ist. Meine zentralen Erkenntnisse von dieser Veranstaltung sind, dass eigentlich Niedjugendliche nicht nur die sind, die über sie nirgends aufscheinen, sondern auch Niedjugendliche jene sind wie junge Mütter oder beeinträchtigte Personen, die über so einen schweren Arbeitsplatz finden. Wesentlich ist auch, dass ein Teil, fast die Hälfte dieser Jugendlichen, die von diesem Indikator beschrieben werden, auch immer wiederum in den Arbeitsmarkt integriert werden, aber dann immer wieder auch hinausfahren. Das sind also Jugendliche, die eine niedrige Ausbildung haben oder gar keine Berufsausbildung haben. Wir hatten jedoch die Möglichkeit, fast ein Jahr lang mit einem sehr breiten methodischen Zugang und einem interdisziplinären Forschungsteam die Gelegenheit, dieses Phänomen umfassend zu studieren. 38 Prozent der Niedjugendlichen sind dauerhaft von Niedbetroffenen. Dauerhaft bedeutet mindestens vier oder fünf der beobachtenden Quartalen in Nied. Hierbei sind Frauen häufiger dauerhaft von Niedbetroffenen als Männern. Eine der Hauptursachen sind die Betreuungspflichten. Ich denke, das wichtigste Problem wäre, die große Niedsindikator zu verabschieden und zu schauen, wer diese jungen Needs in Austria sind, um wirklich zu verstehen, was ihre unterschiedliche Nieds sind. Für 2012 haben wir die wirtschaftlichen Kosten der Nieds auf EU-Ebene, für 26 Länder war das, durchgeführt. Diese Kosten sind 163 Milliarden Euro. Für 2012, das sind 1,26 Prozent des BIP. Man sieht, wie groß die Probleme in der EU sind und wie eigentlich auch in Österreich diese Themen immer noch verschwiegen werden. Wir brauchen die Arbeitskräfte der Jugendlichen. Wir müssen aber zu einer Politik kommen, wo die Jugendlichen auch eine Chance sehen, dass sie als wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft gesehen werden. Und die Niedraten sind wirklich alarmierend und das Desinteresse an der Gesellschaft, an der Politik ist genauso gefährlich wie die Arbeitslosigkeit. Worin integrieren wir Jugendliche? Also ansetzen wir an unterschiedlichen Ebenen, auf oberster EU-Ebene wirklich eine Richtungsentscheidung, in welche Richtung wollen wir gehen, aber dann natürlich schon auch Maßnahmen runtergebrochen, die natürlich den Jugendlichen auch ein unmittelbarer Nutzen sind. Wenn Österreich da immer so gelobt wird, so als Vorzeigeland mit der dualen Berufsausbildung und mit der Ausbildungsgarantie, sind das vermeintliche Lorbeeren, auf denen wir uns da ausruhen und verdeckt das oftmals sozusagen, dass diese Systeme ja durchaus auch für gewisse Zielgruppen nicht greifen? Ja, also ich glaube, was als Österreich tatsächlich gelingt, ist eben die Jugendliche im System zu behalten, entweder im Bildungssystem, im Ausbildungssystem oder im Erwerbssystem. Da trägt sicherlich die duale Ausbildung damit bei. Also es gibt positive Erfahrungen, es ist manchmal wahnsinnig schwierig, weil einfach bestimmte Förderlogiken dagegen sprechen, dass sozusagen da übergreifend gearbeitet wird, also an dem System, wie, wann, wo ein Projekt gefördert wird und wie das dann auch abgerechnet werden muss und was da sozusagen auch die definierten Erfolgskriterien sind, da kann auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Eine der zentralen Erkenntnisse aus dem Workshop beispielsweise war, dass es bereits schon sehr viele Maßnahmen in Oberösterreich gibt, dass es ein sehr breites Angebot an Maßnahmen gibt, allerdings die Vernetzung, also das war eine zentrale Empfehlung, dass hier eine Koordination zwischen den Maßnahmen noch optimiert werden kann und insbesondere die die Wirkung der Maßnahmen erhöht werden sollte. Erschreckend finde ich das mit den jungen Frauen, die über 50 Prozent sind und deswegen müssen wir schauen, dass wir jetzt wirklich Betreuungsmaßnahmen kriegen und auch in Politik und Verhandeln mit ihnen und ihnen oft genug sagen, dass wir Betreuungsmaßnahmen für die Kinder unter drei Jahren kriegen. Was kann man tun? Zentrale Maßnahme, ich glaube, das ist auch europäischer Konsens, es geht darum, regionale Netzwerke zu bilden, auch vielleicht die Förderungen vereinfachen, Projekte fördern, anzustoßen und das andere ist natürlich auch die europäische und die nationale Dimension zu sehen, also auch hier sozusagen die Projekte zu fördern, dazu beizutragen, dass sozusagen jetzt die aktive Arbeitsmarktpolitik, die Konjunkturbelebung stattfindet. Vor allem wichtig ist es, möglichst frühzeitig anzusetzen. Wir haben gehört, im Bereich der frühen Bildungssysteme, den frühen Schulabgang möglich zu reduzieren, aber vor allem auch jene Jugendlichen, die jetzt keinen Job haben, wo es sozusagen aus der Schule, wo der Übergang nicht geklappt hat, dass man schaut, wie gelingt es, dass die auch Chancen am Arbeitsmarkt haben. The policymaker in Österreich should really try to really, first of all, act upon preventing early school leaving and to provide support. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich��group des ZDF für funk, 2017 Die Adustina Wo und wann wurden sie geboren? Also 1925 im Haslach, hier in diesem Haus, Windgasse 9. Ja, also die Volksschule und bin dann 1936 nach Florian und dort war ich dann Sängerknabe bis 1938, dann anschließend den Gausingkreis und dann nach dem Krieg auch wieder Kirchenchor und ich bin vom Kirchenchor also bereits 67 Jahre tätig. Was hat Sie in Ihrer Jugend besonders beeinflusst? Ja, besonders beeinflusst hat mich Sankt Florian als Sängerknabe, der Stift und besonders die Brugner Orgel. Dadurch bin ich musikalisch ein bisschen angehaucht. Hatten Sie bestimmte Interessen oder auch Begabungen? Ja, an und für sich Musik und ein bisschen Technik, weil ich ja eine Weberei gehabt habe mit 60 Angestellten und da muss man technisch auch versiert sein. Ich habe auch die Weberei-Fachschule in Haslach gemacht, besonders das Gymnasium in Sankt Florian, in Lenz, die Hannelsakademie und dann in Haslach die Weberei-Fachschule. Und es lässt sich ja von Haslachs Geschichte sehr viel erzählen, zum Beispiel in dieser Windgasse, die beginnt mit dem alten Turm, da sind schon die Hussiten durchmarschiert und haben halt Haslach bis aufs Blut sekiert, haben halt angezündet und geplündert. Und hier in der Windgasse 9, das Elternhaus, auf dem Torbogen, auf dem Granittorbogen, in der Mitte ist eine Salzkufe eingemeißelt, weil die Salzstraße von Hallein oder von Hallstatt Richtung Böhmen war. Also Böhmen hat ja kein Salz. Und hier in diesem Haus war dann ein Salzlager. Deshalb gibt es auch in dem Haus zwei Stuckdecken. Der Besitzer hat ein bisschen mehr Taschengeld gehabt, weil Stuckdecken haben auch etwas gekostet. Also er ist ganz gut zum Vermögen gekommen. Und die Salzstraße ist dann zum Erliegen gekommen, weil die Pferdeeisenbahn Richtung Freistaat gebaut wurde. Dann war es einfacher, das Salz mit der Eisenbahn zu transportieren. Im Haus findet man überall Besonderheiten. Außer den mechanischen Musikinstrumenten gibt es noch Krippen und diverse andere interessante Spieluhren. Das alte Original, Christi Grab aus der Wehrkirche von Haslach, welches am Kirchboden gelandet war. Eine Besonderheit sind die mit beweglichen Figuren gefüllten Flaschen. In der Spielzeugabteilung sind die Kinder die interessiertesten Besucher. Auch Alpha Edison ist mit einem Original Musik- und Sprechapparat vertreten. Die Weiterentwicklung führte zur Schillagplatte. Sehr beliebt war aber früher auch das Glockenspiel. Die Tonfolge eines Musikstückes wird durch die Anordnung der Stifte bestimmt. Sie sind entsprechend der Tonhöhe über die Walze verteilt. Die Walze wird während ihrer Drehung am Umfang noch zusätzlich axial verschoben. Dieser Umstand ermöglicht auch längere Musikstücke abzuspielen. Apparat noch mit Handkurbeln. Das funktioniert auch, da haben wir einen Film drin. Das funktioniert auch, da haben wir einen Film drin. Und dann wird es mit einem Film drin. Das ist ein ganz seltenes Stück, eine mechanische Zitter. Reparieren und Instand halten, ist kommen einmal grundsätzlich aus Interesse von Kind auf her und es war einmal praktisch ein Berg, ein Trümmerhaufen da und dann habe ich einfach aus Interesse angefangen das versuchen zusammenzubauen und aufgrund Verfärbungen vom Holz hat man gesehen, wo das dann letztendlich zusammengefügt war und dann ist doch schön langsam dann praktisch hat man ein Instrument draus, eine Orgel in dem Fall ist das dann geworden Wir befinden uns nun in der Werkstatt von Herrn Rechberger Junior. Zur Reparatur steht eine Musicbox ohne äußere Umkleidung auf dem Prüfstand. Es werden die Steuerungsanschlüsse hergestellt und die noch vorhandene Einstellung überprüft. Die vorhandene Wählbox sollte jetzt die entsprechende Platte aussuchen auflegen und abspielen. Da noch kein Verstärker mit Lautsprecher angeschlossen ist, können wir keinen Ton hören. Untertitelung des ZDF Theater Tabor im Theater Maestro. Seit fast vier Jahren spielt das Theater Tabor im Theater Maestro in der Bismarckstraße 18 in Linz. Und viele Kinderstücke und auch einige Erwachsenenstücke. Und jetzt erstmalig ein Schauspiel mit Puppen. Anatoly, warum hast du dieses Stück gemacht? Er glaubt, dass das besonders interessant für die Kinder ist, einmal eine neue Form auszuprobieren, nicht Kasperltheater zu machen, sondern Puppen mit also ein Stück mit lebensgroßen Puppen. Das war der Grundgedanke, dass eben man eine neue Form dann nach Linz bringt, eine in dieser Weise noch nie dagewesene Form. Im nächsten Jahr wird ja ein neues Stück gemacht und zwar Pygmalion von George Bernard Shaw. Anatoly, wie siehst du das, warum willst du dieses Stück nach Linz bringen? Also, das war Ich denke, wir haben jetzt drei verschiedene, eher ernste Stücke gespielt. Zwei von Franz Kafka, der Prozess und die Verwandlung und einmal die Schachnovelle nach Stefan Zweig. Und darum hat er jetzt beschlossen, Pygmalion zu inszenieren, weil ihm das Stück persönlich sehr gut gefällt. Und er findet, dass das wert wäre, in Linz einmal wieder aufzuführen. Das ist ein tolles Gefühl, mit allen Künstlern zu arbeiten. Und ich freue mich sehr, also hierher bei mir zu Hause, das Theater Tabor, jede Woche einmal herzlich begrüßen. Es ist eine tolle Arbeit, noch besonders das, was hinter mir steht, also dem Puppentheater mit Lebensgröße, ausgezeichnete Vorstellung. Und ich freue mich sehr, dass die Kinder in Linz auch so etwas nachsehen dürfen. Also am Maestro kann man sich leicht merken. Es ist die ehemalige Apollo-Kino, das kennt ihr jeden in Linz. Und heute ist Theater Maestro nicht nur ein Theater, sondern auch Palettschule. Da wachsen ja auch unsere Kinder auf oder auch unsere zukünftigen Künstler. Und es ist eine große Freude, dass es eine Kunsthaus hier noch gibt. Es freut mich sehr. Und das, was noch schöner ist, dass beim Theater Tabor haben sich die Sachen immer weiter und weiter entwickelt. Und auch für die Zukunft gibt es einmal genügend zum Sehen. Also ein Empfehlungswert und eine große Freude auch für das nächste Jahr. Dankeschön. Hallo? 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 Wo sind wir? Sind wir in Linz? Ja. Ja? Ja! Leute, steht alle auf! Wir sind schon in Linz! Was? Wann ist los? Leute, wir sind schon in Linz. Die Kinder sind schon da. Wir sind auch schon da. Hallo? Ja! Ja, ja. Schäller, schnell, schnell! Schäller! Das wird so geil! Ja. Ja? Ja? Das wird so geil. Ja? Ja? Ja, klar. Musik Guten Tag, Menschlein. Große Menschlein hier und kleine Menschlein. Wie schön, dass ihr gekommen seid in meinen schönen Wald, in meine zauberhafte Burg. Und seine Höhle ist bitterkalt. Er wird nach Fettenschaften. LALALA Matis, scheuf diese grause Drude weg! Damit es hier still ist. Ich höre doch überhaupt nicht, was ich singe. Stroll dich, du Bistrude. Ich bekomme doch heute Nacht ein Kind. Begreifst du das nicht, du Scheußer? Schuss! Schuss! Er bekommt heute Nacht ein Kind. Schuss! Ein Gewitzekind für wahr. Klein und hässlich. Schuss! Verschwinde von dir, verschwinde! Schuss! 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 Hey! 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 Kommt ins, dieses Räuberkind, nicht wahr? Ich bin alt und glücklich und bald werde ich mit meinen Räuber leben. Es wäre schon gut, einen neuen Räuberhauptmann zu sehen, bevor es mit mir zu Ende geht. Wild heult der Wolf, dessen Nacht spinnenweit. Gott sei Dank! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Meine Kiste, komm! Ja! Ich komme hier! Ich gehe zu Lobis! Ich komme mit! Au, du verschwinde, du Scheusserl! Ich habe ein Kind bekommen! Mathis! Was ist es denn geworden? Eine Räubertochter! Ja! Juchai, Juchai! Eine Räubertochter! Seht her! Wenn ihr das schönste Kind sehen wollt, dass sie ja je in einer Räuberhöhle geboren wurde! Ja! Ja! Sie weiß und versteht schon allerlei! Das sieht man! Ah, Lobis! Ja! Ja! Wie soll sie denn heißen? Ronja! Wie ich es schon seit langem beschlossen habe! Ja! Ronja! Ja! Ronja! Ja! Aber... Willst du... Ah, wohin? hade Du ja gland אר! не lugar! Einerbolto род都是 verläuert! Ja! Bonja! ... Mathis, darf ich Sie auch einmal halten? Ja, wie hast du denn noch einen Räuberhauptmann, von dem du so lange gefaselt hast? Aber lass ihn ja nicht fallen, sonst hat er eine letzte Stunde geschlagen. Ja, ja, ja. Mathis, irgendwie hat sie doch kein rechtes Gewicht. Was hast du denn erwartet, du Scharstkopf? Etwa einen großen, fetten Räuberhauptmann mit Schmierbauch und Spitzbord, ja? Ja, ja, ja. Da wird sich Borca die Pest an den Hals ärgern. Das soll er doch in seiner elenden Räuberhöhle hoppen und vor Neid mit den Zähnen knirschen. Und ob er sich die Pest an den Hals ärgern will. Ja. Denn jetzt lebt die Mathis-Sippe weiter, aber mit der Borca-Sippe geht's bergab. Ja, zum Donner-Drummel. Ja, zum Donner-Drummel. Ja, zum Donner-Drummel. Ach, Ronny. Was mach ich bloß? Mein Kind weint. Mein Kind weint. Was mach ich bloß? Lobis! Lobis! Mein Kind weint. Ja, dein Kinderleben beginnt großartig. Ja, sogar die Mathisburg hat sich geteilt. Komm, komm, Mathis. Gehen wir hinein. Ja. Ham, 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 ham. Fuuuuch. Schreie, schreie, schreie! Schreie, schreie, schreie! Schreie, schreie, schreie! Schreie, schreie! Schreie, schreie! Schreie, schreie! Ronja! Ronja! Kipp! Ronja! Ronja! Ronja, du bist viel wie eine kleine Bruder! Er ist genau so lang und schlafen, genau so aufgetreten! Lovies! Ich denke, unser Kind muss lernen, wie es ist, im Mattiswald zu lesen! Lass Ronja hinaus! Schau an! Hast du das endlich auch bemerkt? Wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre sie schon lange draußen! Ich gehe die Schafe füttern! Ja! Bis später, Lovies! Ronja! Ja? Ronja, mein Kind, komm zu mir! Ronja, mein Kind! Mattis, mein Papa! Ronja! Mattis! Ronja! Mattis! Ronja! Wenn du jetzt in den Wald hinausgehst, dann hüte dich vor den Wildtruben, den Baumtrollen, ja und vor allem vor den Borkerräubern! Aber woher soll ich denn wissen, wer die Wildtruben, die Baumtrollen und die Borkerräubern sind? Ah, das merkst du dann schon! Na dann! Ja und Ronja! Ja! Hüte dich davor, dich im Wald zu verirren! Und was tue ich, wenn ich mich im Wald verirre? Du suchst dir den richtigen Pfad! Na dann! Ja! Ja! Und Ronja, hüte dich davor, in den Fluss zu plumpsen! Und was tue ich, wenn ich in den Fluss plumpse? Ja! Du schwimmst! Ich schwimme! Ja! Ronja! Was ist? Ronja! Ja! Und hüte dich davor, in den Höllenschlund zu fallen! Und was tue ich, wenn ich in den Höllenschlund falle? Ja dann, dann tust du gar nichts mehr! Na dann falle ich eben nicht in den Höllenschlund! Sonst noch was? Ja! Eine ganze Menge! Aber das merkst du dann schon allmählich! Na dann! Ja, geh jetzt! Lovis? Lovis? Ja, Mathis? Unser Kind ist in den Wald gegangen! Das freut sich wieder mal! Ja, Mathis! Ein Vogel sollte Hochzeit machen Ein Vogel, ein Vogel, ein Vogel Hallo, 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 lasst mich los, was warst ihr von mir, hilfst du? Oh, du bist jetzt weg von der Baumtrolle, schau dir so ein Donnerdummel, sonst erschlage ich euch. Ronja, mein Kind, jetzt weißt du, was Baumtrolle sind. Jetzt weiß ich, was Baumtrolle sind. Ja, aber wie du mit ihnen fertig wirst, das weißt du noch nicht. Sie wittern es nämlich, wenn du Angst hast, von weit her, und dann werden sie gefährlich. Komm, Ronja. Deshalb, Ronja, ist es am sichersten, sich im Matteswald nicht zu fürchten. Das will ich nur merken, Wackis. Komm, Ronja, wir gehen nach Hause. Ich weiß, wer du bist. Du bist die Räuberstofter, die immer im Wald herumrennt. Ich hab dich da mal gesehen. Wer bist du denn? Und wie um alles in der Welt bist du hierher gekommen? Ich bin Birg Borkerson. Und ich wohne hier. Wir sind heute Nacht hier eingezogen. Mattes, äh, Ronja, so, Mattes, Ronja, die Burka-Räuber sind in unsere Burg eingezogen. Blaus, du flucken kann ja manchmal ganz schön spaßig sein. Platz, Pär, sag du es ihm, bitte. Ja, äh, hast du geglaubt, dass sie durch die Wolfsklamm spaziert kommen und ganz artig sagen, rückt mal beiseite, Freunde, denn heute Nacht wollen wir in die Nordburg ziehen? Du brauchst nicht traurig sein, Mattes. Du kannst ja wieder ausschmeißen. Äh, äh, äh. Ja, aber weiss wie nix sind sie denn gekommen. Sag jetzt, wenn du euch so gut wirst, ne? Ja, na, au, au, au! Ja, nicht doch die Wolfsklamm. Was willst du hier? Ich will mit Marty sprechen. Ja, ja, ich hole ihn. Schneller! Ja, ja, ich... Barker! Hey, Matis, es ist gut, dass du so ungemein schnell gekommen bist. Jetzt hör mal zu, Matis. In Burka-Wald könnten wir nicht mehr länger wohnen bleiben. Dort schwämen die Landsknechte herum wie die Fliegen. Und irgendwo muss ich ja leben mit Frau und Kind und allen meinen Räubern. Ja, das mag schon sein. Aber sich einfach so blutzplutz einen Wohnraum zu rauben, ohne ihn nur anzufragen, dass du keiner, der nur ein bisschen Scham im Leibe hat. Seltsame Worte für einen Räuber sind als Matis. Hast du dir nicht alles genommen, was du wolltest, ohne groß zu fragen? Ja, um auf etwas anderes zu kommen. Es wäre ja ganz interessant, wenn wir erfahren würden, wie ihr eigentlich hier hereingekommen seid. Weil dann könnte man euch auf denselben Weg wieder hinaus befördern. Probier's doch, wenn du's kannst. Wie wir reingekommen sind, Matis. Ja, siehst du? Durch meinen Sohn Birt. Ja, ich wusste, ich gebe dann auch in Sachen. Trotz Pestilenz. Ach, vor mir, vor zum Tannertrommel. Gerne. Komm doch herüber. Dann hau ich dir eine aufs Maul, dass sie die Nase abfliegt. Versuch's doch, wenn du's kannst. Ach, scher dich doch zum Tannertrommel. Kommst du mit mir mit? Ja, ich komme mit. Ja. Ich wünschte, du wärst mein Bruder. Das kann ich sein, wenn du es möchtest, Räubertochter. Aber nur, wenn du mich Ronja nennst. Ronja, meine Schwester. Birk, mein Bruder. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns zusammentun. Schau an, da hast du endlich einmal ein kluges Wort gesprochen. Ja, ohne Ronja hätte ich das niemals vorgeschlagen. Nein. Ohne Birk hätte ich das auch nicht angenommen. Papa! Ja, ist ja schon gut. Ha 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über diese ehrenvolle Einladung. Sie mögen es mir bitte auch nachsehen, dass ich sehr deutschlandzentriert bin in meinem Vortrag. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich glauben würde, Deutschland wäre jetzt das wichtigste Land in der Welt, aber es ist einfach dasjenige, das ich am besten kenne. Und ich glaube auch, dass sich die Sachen, die ich zur Schuldfrage zu sagen habe, auch anwendbar sind. Also das wäre dann auch die Frage natürlich, die Sie sich stellen sollten oder die Sie mir dann auch gerne, wenn Sie möchten, stellen können, ob das jetzt alles deutschlandspezifische Dinge sind. Und ich glaube, dass Österreich und Deutschland vielleicht auch historisch gesehen ausreichend stark verbandelt sind, dass das meiste von dem, was ich hier sage, auch für Österreich eine gewisse Relevanz haben sollte. Ja, in den folgenden Minuten möchte ich mich konzentrieren auf Thesen zur Debatte über die Aufarbeitung der deutschen Schuld und zwar in Auseinandersetzung mit einem Text, den man getrost als Klassiker der philosophischen Reflexion dieses Themas bezeichnen kann, namentlich Karl Jaspers Schrift »Die Schuldfrage« aus dem Jahre 1946. Ich habe hier eine Erstausgabe mit, die auch erstaunlich gut erhalten ist. Also die haben unmittelbar nach dem Krieg schon sehr gute, haltbare Bücher gemacht, wie man sieht. Das Büchlein beruht auf einer Vorlesungsreihe, die Jaspers gehalten hat im Wintersemester 1945-1946 an der Universität Heidelberg. Und ich denke, es handelt sich um einen sehr, sehr bemerkenswerten, aber in gewisser Weise auch irritierenden Text. Das ist bemerkenswert und irritierend, weil er eben auf der einen Seite, glaube ich, die politische und moralische Lage in Deutschland unmittelbar nach dem Krieg mit großer Nervenstärke analysiert. Sehr schonungslos, aber das auf der anderen Seite in einer Sprache zum Teil tut, die so einen Zug ins Schwülstig pathetischer hat, stellenweise immer wieder. Und das ist für geschmäcklerische Leser wie Theodor W. Adorno so unerträglich gewesen. Also dieser ganze Duktus, den die Schrift hat, dass er im Jargon der Eigentlichkeit eben diese Weise, philosophisch zu reden, als Ausdruck einer neuen deutschen Ideologie gebrannt magt hat. Wobei Adorno nicht in erster Linie auf die Schuldfrage sich bezieht, sondern auf andere Texte von Jaspers. Bevor ich auf die Überlegungen von Jaspers näher eingehe, lassen Sie mich zunächst ein Wort zu der Rezeption des Textes, vielleicht im engeren Sinne sagen. Über seinen Einfluss in der Nachkriegsdiskussion gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen. Man hat auf der einen Seite Historiker und Politikwissenschaftler, die meinen, dass der Text eben von Beginn an absolut prägend gewesen ist für die politische Nachkriegskultur in Deutschland. Das meinen zum Beispiel Leute wie Klaus Beime und auch Jan Werner Müller, der in Princeton lehrt. Beime hat den Ausdruck vom Präzeptor Germanie geprägt, also vom Lehrer Deutschlands. Und das ist auch nicht nur positiv gemeint bei Beime. Und dann gibt es eine andere Interpretationslinie, die vertreten wird beispielsweise von dem Hamburger Politikwissenschaftler Michael Greven oder von Jeffrey Ollick, die sagen, dass der Text im Prinzip erst angefangen wird, ab den 60er Jahren wirklich rezipiert zu werden. Und da kann man auch ganz für beide Interpretationen gewisse Evidenzen nennen. Ich glaube aber, dass beide Interpretationen etwas übersehen, nämlich, dass der Text eben durchaus schon in den 40er Jahren wirksam wird oder ab den 40er Jahren wirksam wird, aber auf eine sehr problematische Weise und auf eine Weise, die von Jaspers überhaupt nicht gewollt gewesen ist. Also die Rezeption ist gewissermaßen etwas aus dem Ruder gelaufen. Was damit zusammenhängt, dass der Text eine Passage zumindest enthält, die aus dem Zusammenhang gerissen sich eben hergibt für etwas, was aus Jaspers Perspektive zumindest sehr, sehr problematisch ist, nämlich eine Zurückweisung des Kollektivschuldgedankens. Und die Art und Weise, wie Jaspers dies tut, ist sehr, sehr schnell aufgegriffen worden, beispielsweise in einer Rede, die der Bundespräsident Heuss dann 1949 gehalten hat. Und die Logik, ich werde Ihnen das gleich versuchen, noch ein bisschen näher dann auch nahezubringen, die Logik dieser Stelle, auf die man sich da immer wieder bezieht, ist eben, wer den Deutschen oder irgendeiner anderen Gruppe von Personen, aber jetzt insbesondere hier in diesem Beispiel den Deutschen Kollektivschuld vorwirft, denkt wie ein Nationalsozialist. Also diese Kategorie der Kollektivschuld ist so problematisch, dass schon das Aufwerfen der Frage einen in ganz bedenkliche Gesellschaft drückt. Und das ist die Passage, die hier gemeint ist, auf Seite 39 der Schuldfrage sagt, Jaspers, die Weltmeinung, aber die einem Volk die Kollektivschuld gibt, ist eine Tatsache von derselben Art, wie die, dass in Jahrtausenden gedacht und gesagt wurde, die Juden sind schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde. Also die Frage nach der Kollektivschuld der Deutschen zu stellen, heißt eigentlich schon, sich einer Denkart zu befleißigen, wie sie für die Nationalsozialisten kennzeichnend gewesen ist. Und in der mit höchster politischen Autorität dann versehenen Lesart beim Bundespräsidenten Heuss, Heuss heißt es dann, das Wort Kollektivschuld und was dahinter steht, ist aber eine simple Vereinfachung, ist eine Umdrehung, nämlich der Art, wie die Nazis es gewohnt waren, die Juden anzusehen, dass die Tatsache, Jude zu sein, bereits das Schuldphänomen in sich eingeschlossen habe. So, da sehen Sie gewissermaßen eine Fortschritte. Ja, gucken wir uns diese Passage mal etwas genauer an, die eben sehr früh, das spricht jetzt gegen die These, ja, der Text wird eigentlich erst in den 60er Jahren wirksam, nein, nein, der wird sehr schnell wirksam und zwar in heikler Weise wirksam, gucken wir uns die Passage mal ein bisschen näher an. Jaspers argumentiert, moralisch könne eben immer nur der Einzelne nie ein Kollektiv beurteilt werden und das Denken in Kollektiven, Zitat, haben die Nationalsozialisten in der bösesten Weise angewendet und durch ihre Propaganda den Köpfen eingehämmert, Zitat Ende. Dann kommt diese problematische Formulierung. Die Stelle lässt sich so verstehen, als sage Jaspers, wer den Deutschen moralische Kollektivschuld vorwerfet, denke wie ein Nationalsozialist, weil er wie diese den Volksbegriff hypostasierer, also dem Volksbegriff eine wichtige Rolle gebe. Ich glaube, dass er hier, wider Willen, eine Gedankenfigur etabliert, die tatsächlich dann lange Zeit zu den bevorzugten Techniken der deutschen Schuldabwehr zählte. Als die Frage nach der moralischen Kollektivschuld zu stellen, ist nach dieser Umkehrlogik ein vorwerfbares moralisches Versagen. Die Auffassung, dass die Rede von deutscher Kollektivschuld einen moralisch anstößigen Denkfehler enthalte, hat sich eben in der Folge dann als Leidtopos vergangenheitspolitischer Debatten etabliert und dazu beigetragen, dass die Frage nach dem schuldhaften Handeln und Unterlassen von Millionen von Deutschen, man könnte das Kollektivschuld in einem individualistischen Sinne nennen, bis in die 90er Jahre weitgehend blockiert war. Also was ich vorschlage zu unterscheiden und was Jaspers in seinem Text auch unterscheidet, ist ein Kollektivschuldbegriff, der davon ausgeht, es gibt so etwas wie ein Volk, was ein irgendwie von dem Handeln von einzelnen unabhängiger Instanz ist und über deren Schuld oder Nichtschuld kann man reden. Diesen Gedanken weist Jaspers zurück, aber das heißt ja noch überhaupt nicht, dass man damit auch zurückweist, so etwas wie Kollektivschuld im individualistischen Sinne, was eben behauptet, dass sich sehr, sehr große Gruppen im Extremfall eben viele Millionen von Menschen in je unterschiedlicher Weise schuldig machen. Die berechtigte Zurückweisung der Stigmatisierung von Deutschen als Deutschen hat so zugleich zu einer unberechtigten Tabuisierung der individualistischen Kollektivschuldfrage geführt. Hierin scheint mir liegt der Kern der oftmals kritisierten Verdrängungsfunktion des Kollektivschuldbegriffs. Diese Tabuisierung hat das lange Zeit leitende Narrativ, also die Erzählung der Deutschen über sich selbst, abgesichert, dass die moralische und rechtliche Verantwortung für die Schoah bei einer kleinen Gruppe von Personen liege und die überwältigende Mehrheit der Deutschen sich nichts vorzuwerfen habe. Letzteres, aber aber gleichwohl Grund zur Kollektivscham. Das war bis vor 15 Jahren, würde ich noch sagen, völlig Standard bei uns, dass man sagt, ja, die Kollektivschuld natürlich nicht, aber schämen tun wir uns schon ein bisschen. Und das finden Sie eben auch schon in der Rede von Theodor Heuss, da heißt es, wir dürfen nicht vergessen, die Nürnberger Gesetze, den Judenstern, die Synagogenbrände, den Abtransport von jüdischen Menschen in die Fremde, in das Unglück, in den Tod. Jetzt mal abgesehen von der, das seien alles Anlässe zur Kollektivscham. Abgesehen von der beschönigenden Sprache wird bei Heuss ein weiteres Grundmotiv des deutschen Vergangenheitsdiskurses in den ersten Nachkriegsjahrzehnten vorgezeichnet, die Behauptung, dass die deutsche Bevölkerung zu den Opfern der nationalsozialistischen Führungsklicke zählt. Die Tabuisierung der Kollektivschuldfrage und die Beanspruchung einer Opferrolle greifen insofern ineinander. Es sind diese bei Jaspers angelegten Gedanken, die ihm den Vorwurf eingetragen haben, mit seinem Text zur deutschen Verdrängungsgeschichte wesentlich beigetragen zu haben. Und in einer sehr forcierten Weise findet man diesen Vorwurf dann bei dem Historiker Norbert Frey, demzufolge Jaspers seinen Text überhaupt nur geschrieben hat, um diesen Verdrängungseffekt zu erzielen. Und Frey behauptet auch, dass es kein einziges offizielles Dokument überhaupt gäbe, in dem die Siegermächte das Thema der Kollektivschuld überhaupt aufbringen. Und sagt insofern, das sei von vornherein, sei die Rede von Kollektivschuld immer nur ein Popanz gewesen, aber immer nur einer Verdrängungsabsicht gedient. Der strategische Nutzen von Jaspers Herangehensweise sei gewesen, die sachliche Auseinandersetzung mit den deutschen Massenverbrechen zu verhindern. Mir scheint, dass dieser Vorwurf Absicht und Gehalt des Textes der Schuldfrage, das werde ich gleich versuchen, ausführlich darzustellen, völlig falsch wiedergibt. Richtig ist aber, dass die Tabuisierung des Wortes Kollektivschuld so wirksam war, dass die Möglichkeit, eben individualistisch verstandene Kollektivschuld der Deutschen zu thematisieren, bis in die 90er Jahre überhaupt selten nur erwogen wurde. Ja, um ganz zu schweigen. Und hier bildet eine prominente Ausnahme Ralf Giordano, der 87, und das hat zu dieser Zeit wirklich einen extremen Provokationsgehalt gehabt, 87 gesagt, dass angesichts der massenhaften Zustimmung zum Regime, zu seinen Praktiken und Zielen, er, also Giordano, immer, ohne je geschwankt zu haben, ein Anhänger der Kollektivschuld-These gewesen sei. Ich denke, heute ist so etwas zu sagen, weniger skandalträchtig, aber 87 ist das sicher etwas gewesen, wo viele Leute nicht bereit waren, mitzumachen. Eine genauere Lektüre zeigt, dass auch Karl Jaspers in die Schuldfrage eine individualistisch verstandene moralische Kollektivschuld der Deutschen bejaht. In der weit überwiegenden Anzahl der Fälle wurde und wird das Wort, glaube ich, auch immer noch, aber abnehmend, in kritisch-tabuisierender Absicht verwendet. Ich glaube aber, dass Anlass zu der Vermutung besteht, dass diese tabuisierende Kraft langsam abnimmt. Als Beispiel möchte ich Ihnen nennen, 96 kam ja Goldhagens, Hitlers willige Vollstrecker auf den deutschsprachigen Markt auf. Ich weiß nicht, wie es in Österreich aufgenommen wurde, in Deutschland hat der Spiegel getitelt, dass hier die skandalöse, die moralisch skandalöse Kollektivschuldthese gegen die Deutschen, die ja eine Umkehrung der Denkweise der Nazis gegenüber die Juden war, eine tragende Rolle spielt. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir sind nun am Ende unserer Sendung. Nähere Informationen über die Medienwerkstatt finden Sie auf unserer Homepage www.medienwerkstatt-linz.at Wir danken Ihnen fürs Zusehen, auf Wiedersehen bei Einblick. Untertitelung des ZDF, www.medienwerkstatt-linz.at 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 www.medienwerkstatt-linz.at